Der Charakter ist wie ein Baum und der Ruf sein Schatten. Der Schatten ist das, wofür wir ihn halten, und der Baum ist das Echte. Wenn ich Gutes tue, fühle ich mich gut. Wenn ich Schlechtes tue, fühle ich mich schlecht. Das ist meine Religion. Ich muss nicht unbedingt erfolgreich sein, aber ich muss nach dem Licht streben, das in mir ist. Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Die Henne ist das klügste Geschöpf im Tierreich. Sie gackert erst, nachdem das Ei gelegt ist. Ich wäre lieber ein kleiner Niemand, als ein böser Jemand zu sein. Gott hat die einfachen Menschen offenbar geliebt, denn er hat so viele von ihnen gemacht. Besser schweigen und als nah scheinen, als sprechen und jeden Zweifel beseitigen. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Ich halte nicht viel von jemandem, der heute nicht weiser als gestern ist.